Hallo und herzlich willkommen zu Klaus Grill, Feiles Grill BBQ. Heute machen wir Nudelpuffer. Wie das geht und wie die schmecken, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Nudelpuffer ist nur noch mal, die ist entstanden aus einem Grundkonflikt. Und zwar der ist, dass ich sehr gerne Kartoffelpuffer mag und meine Frau? Nicht. Nicht. Und zwar nicht nur ein bisschen nicht, sondern so... Gar nicht. Du verlässt den Raum, wenn Kartoffelpuffer in der Nähe sind, ne? Ja, ich mag die gar nicht. Also mit absolutem Fluchtreflex. So, dann muss man sich überlegen, was macht man. Entweder verzichtigen wir ja dem lang auf Kartoffelpuffer. Also okay, wenn man so einer schönen Frau zusammenleben darf, ist das natürlich nicht die geringste. Aber manchmal braucht man doch was Ähnliches. Und dafür gibt es Nudelpuffer. Und für Nudelpuffer braucht man als allererste Nudeln. Da habe ich jetzt hier Nudeln. Und zwar sind das Spaghetti. Die sind gekocht. So als Lifehack, du musst die richtig gut abspülen. Mit kaltem Wasser. Und zwar richtig, richtig lange, dass die nachher nicht zusammenklumpen. Und dann, erst wenn sie kalt sind, in eine Schüssel tun. Und dann guckst du, dann bleiben die auch so schön locker. Und du hast sie nicht als Klumpen. Wenn du die heiß abschöpft, wenn du so eine Schüssel tust, hast du nachher spaßfähigliche Bindung. Weil die kannst du direkt das Block runter schneiden. Das wäre doof. Hier habe ich 3. Die hat meine Frau schon geschlagen. Dann brauchen... Verquirlt. Verquirlt von mir aus. Dann habe ich hier natürlich Magic Spice. Da brauche ich nur einen Teelöffel. Das werde ich heute tatsächlich abmessen. Sonst wird es nicht mehr zu salzig. 100 Gramm Parmesan-Käse. Dafür habe ich so eine Reibe hier. Dann habe ich Wiener Würstchen. 100 Gramm. Seht ihr richtig schön klein geschnitten? Habe ich heute tatsächlich selber gemacht. Und getrocknete Tomaten. 3 Stück. Und einen kleinen Stängel von dem... Der Schnittlauch. Von dem Schnittlauch. Mit falschen Artikeln zu kommen ist echt hart. Ein bisschen Öl. Ein Pfannenwender. Der hier liegt. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Schafelmesser und ein Brett. Ein Teelöffel Magic Spice ist wirklich nicht mehr. Kommt hier gleich über unsere Nudeln drüber. Darauf kommen die Eier. Würstchen dazu. Und dann der restliche Gemüse. Und frisch riebenden Parmesan. So, Parmesan ist jetzt auch drüber. Und dann vermischen wir es ein. Ich mache es mit der Hand. Also einfach locker durchziehen. Bis sich das alles schön verteilt hat. Sieht aus wie eine Carbonara, wa? Ist noch nicht so weit weg davon. Das stimmt. So, dann hast du das vorbereitet. Das könntest du jetzt kühlstellen. Und praktisch dann, wenn du anfangen willst, zu grillen. Und loslegen und natürlich gleich so wie das verarbeiten. Bei Grills vorher heizt habe ich jetzt meine Klaus Grill Grillplatte drauf. Praktisch eine Aluplatte mit einer Spezialbeschichtung, das nicht anhaftet. Hab ein ganz bisschen. Nur wirklich muss ein ganz bisschen zu viel Öl. Dann halten die Dinger nicht. Und da zieht man jetzt hier praktisch von dieser Mischung, die man hat, ihn raus. So hier. Dass man ungefähr zwischen die Fingern so eine Handvoll hat. Und dann dreht man die hier so ein bisschen so. Dreht man die so als Puffer rund ein. Direkt auf der Platte. Das kannst du mal größer oder mal kleiner machen. Dann sind das hier eine feste Regel. So, das wäre jetzt ein größer, das wäre jetzt ein kleinerer. So, das ist auch so eine Platte, kriegst du das mit sechs Stück. Schön einschütteln, ein bisschen festdrücken. Und die vorne einfach weiter. So. So, also mal andrücken. Und für drei Minuten den Säckel schließen. Und wenn ich jetzt keine Klaus-Grillplatte habe, wie mache ich es dann? Dann kaufst du dir eine. Nee, du musst nicht haben. Also kannst du auch auf einer Planscha machen. Dann musst du natürlich ein bisschen mit mehr Fett arbeiten. Mehr Fett hat immer die Gefahr, dass das Fett einzieht. Und dadurch der Puffer nicht so gut hält. Prinzipiell funktioniert es auf einer Grillplatte. Also auch draußen auf so einer Feuerplatte kannst du das machen. Theoretisch ist es denkbar, so etwas auch auf dem Seitenkocher in der Pfanne zu machen. Aber nur theoretisch. Also ich finde, direkt wenn man so eine große Grillfläche hat, macht es immer besser, das da zu machen. Und dann eine Platte, die Planscha hast, die gibt. Ist das eine Planscha? Planscha ist auch eine Stahlplatte. Eine Stahlplatte gibt es. Specksteile habe ich schon gesehen. Pizzastellen würde ich jetzt nicht machen. Das funktioniert nicht. Also im Prinzip die meisten Dinge, die man so flach grillen kann, ohne dass man runter tropft. Direkt auf dem Rost wird das nichts. Dann hängt der, brennt ihr alles fest. Das endet in einer Katastrophe. Nach drei Minuten sehen die so aus. Und der richtige Moment ist im Prinzip erreicht, wenn er in der Ecke schubst, siehst du, und der sich im Ganzen verschieben lässt. Der kann noch eine Sekunde. Der auch noch. Der auch noch. Aber die Creme sind schon auf jeden Fall soweit. So runter können und drehen. Herrlich. Der bewegt sich auch schon. So, ja, komm, der ist auch schon soweit. Und dann müssen alle anderen hoch soweit sein. Kann ja gar nicht anders sein. Und Frau, ist das schon mal besser als Kartoffelpuffer? Aber es sieht auf jeden Fall trotzdem sehr ähnlich aus. Und von der Seite lassen wir es natürlich auch wieder drei Minuten bei Schloss und Deckel. Wie heiß sollte der Grill in etwa sein? Na, von unten, dass wenn die Hand über den Rost hält, bis 13 kannst. Also klassische direkte Brattemperatur. Die Temperatur ringsherum sind jetzt hier 200, weil wir natürlich noch nicht die ganze Zeit unterwegs sind. Wenn wir jetzt hier schon eine halbe Stunde gegrillt hätten, wäre die auch schon bei Richtung 250, 300 Grad mit Sicherheit. Trotz Deckel auf und Deckel runter. Also ist es viel entscheidender, wie heiß die Platte ist. Und das ist wirklich die Hand drüber halten. Ein Klausgrill, zwei Klausgrillen. Und wenn man sie dann zurückzieht, dann ist die richtige Temperatur zum Braten da. Ich meine, man macht sich ja immer so viele Gedanken darüber. Aber ganz ehrlich, wer von euch macht sich denn zu Hause, wenn er in der Pfanne was brät, riesige Gedanken drum? Und da kann ich euch bloß anstiften. Macht euch beim Grillen genauso wenig Gedanken darüber. Sorgt dafür, dass ihr ordentlich Hitze habt, dass da kein Laberfeuer drunter ist, dass das alles wegbrennt, aber auch nicht, dass es kalt ist. Dass ihr so einen schönen Grundbums drunter habt. Und das Wichtigste beim Grillen lernen ist tatsächlich, so die Fühle dafür zu entwickeln, wie heiß muss man ein Grill sein, dass ich vernünftige Ergebnisse hin kriege. Das dauert sicherlich zwei, drei Wochen, bis man mit seinem Grill so ein bisschen eingespielt ist, je nachdem, wie lange man grillt. Und dann kann er nichts mehr aufhalten. Notfalls kauft er einfach dieses Buch hier oder so. Das hilft euch vielleicht weiter. Boah, was für eine Billige Eigenwährung. So, drei Minuten sind rum und heißt, wir nehmen sie runter. Herrlich sehen die aus, oder? Also sowohl die kleinen als auch hier die großen, schön gebräunt. Und ich würde sagen, wir machen mal einen Mittelschnitt. Ja komm, wir machen den Mittelschnitt durch. Diese knusprigen Nudeln da draußen. In der Mitte hat er den schönen, schönen Stand bekommen. Oh nein, ich schneide mir mal so eine Ecke hier raus. Das esse ich schon mehr mit den Händen, obwohl ich jetzt hätte, ich hätte mit Messer und Gabel essen können. Na ja, hilft ja nichts. Ruf euch, Rind in die Hohlebirne. Oh, heiß. Ja, Schatz, wir kommen frisch vom Grill. Ja. Du lernst es auch nicht. Auch nicht in zehn Jahren. Mann. Mutlausi weint. Möh. So betapfer wie saugt. Du musst mal ein bisschen. Du kannst jetzt den Notfall so abweichen. Also. Mit Europäer, wir empfinden ja Kohlenhydrate als Beilage zum Grillen als angemessen. Und. Mh. Mh. Kusper schön. Und kann ich sagen, es muss nicht immer Nudelsalat sein. Also sehen, die Dinger sind schnell gemacht, super schnell vorbereitet, auf den Grill gezaubert. Und wenn jetzt Oma Inge noch ihre, ja, ihre Lieblingsgrillsoße darüber pumpt, ist es auch nicht schlecht. So Leute geben, die werden dann verrückt und fangen an mit Creme Fraiche und Räucherlachs rumzuspielen. Möchte ich euch nicht von abhalten. Könnt ihr tatsächlich machen, wie bei einem klassischen Kartoffelpuffer auch. Wobei, hm. Geschmacklich ist es eine Nummer zwischen Kartoffelpuffer und Carbonara. Ähm. Siehst du es rum? Mh. Mh. Und schon ist der erste halbe Puffer weg. Zutaten, habt ihr gesehen, gibt es in jedem Supermarkt, gibt keine Ausrede, nicht zu machen. Ähm. Na, gibt es wirklich keine. Ausrede, die bitte allerdings, dir keinen Daumen da oben da zu lassen. Äh. Ein Bruder oder Kommentar zu hinterlassen. Oder ein Abo, der Dieb dafür Ausreden, die lasse ich allen nicht gelten. Von daher, tja. Edgy Batch, es ist soweit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Mh. 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 Mh.